Liebe Sapeure und vor allen Dingen noch unsere amtierenden Majestäten freuen mich im Namen der Arbeitsgemeinschaft euch alle heute Morgen hier in der Bleiche begrüßen zu können zum heutigen traditionellen Grünholen. Ihr wisst ja, der Mittwoch Grünholen ist eigentlich immer so der richtige Anfang zum Schützenfest, der Auftakt und ich hoffe das Wetter ist uns holz. Ja, Holzminden, Mittwoch vor dem großen Schützenfest hier am Hafendamm tut sich was, heute wird grün geholt und mit dabei selbstverständlich die Sapeure in Zivil, denn es wird ja unheimlich gearbeitet heute. Guten Morgen! Musik Das ist die Normale wieder hier. Da kommt ja schon wieder so ein Ding, was? Wir haben jetzt 60. Wer fester arbeitet, muss auch feste essen. Guter Metier. Guter Metier.